ich heiße euch nun herzlich willkommen wieder zurück zum let's play the bart's tales so wir haben in der letzten folge haben wir die ratte aus der örtlichen bar hier und es habe ich ja so lange pause gemacht dass ich vergessen habe was ich tun soll deswegen top of the morning to you yes sorry be sorry pardon me um ja a priest to leave house the hotel whatever was gibt es denn hier so schädig sind kühe sorry ja alles gut richtige kerne entschuldigen sich nicht bei anderen menschen du bist ja kein kerl du bist ein bade bei baden sieht das ganze schon wieder ganz anders aus ich weiß wirklich nicht was ich tun soll da da ist so ein geiles ding ich hab's wirklich vergessen nachher steht in den kommentaren dass die gar nichts gesagt haben aber da cross after enter verhaut wird ja ich will über die wälder diese verhaut ach hier oh i remember wie geh weg komisch geh weg so guck mal dieser nahtlose übergang was gibt es in den spiel heute nicht mehr so ist nicht mehr so oft gibt es auch eine m karte ah hier kann ich speichern das ist äh sehr sehr vorteilhaft für mich wann habe ich jetzt angefangen hu ah ok da habe ich 16 minuten yes ok so dann gucken wir uns doch mal das welchen hallo ah jetzt wieder da ist ein roter punkt da sind drei roter punkte ha 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 häm da meine da so sie sind auch stärker was vom sterben gehört wirst du hin ach so du bist schon fertig mit der steuer noch ein bisschen nicht klar ok das wird der steuer ist noch ein bisschen knebelig und was ist hier jetzt auch wieder so ein roter punkt verzeihung und da sind noch zwei das gefällt mir das werde ich da hinten nicht entweder habe ich mich damals echt doof angestellt warum bist du rot oder ich bin jetzt richtig krass was ist das hier warum haben sie hier sachen eingezäunt was gibt es hier nichts jetzt mal kurz 5 6 7 8 9 10 0 escape options control options modify you know mouse movement attack block here map x party comments ok 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 left eye plus vrsd aggressive defensive stay oder come hot minus hot menus you get a hot minus up arrow down arrow ah ich kann auch ok das geht auch einfacher das ist specials ok attack back off stay where you are over here charge gut achso ex wie das war es ich dachte riecht eine große ausführung der karte mann hier hat nicht funktioniert ja jetzt ja ich mache aus die hack frei sag ich doch hack frei welche unter strom steht mann sind die viele böse ich habe noch was nein ich habe mich schlechte dich dich schlechte aua was bist du aber du bist ja viel größer als die anderen d a vier es schuss uuuh Das endet der Bards tale. Ich denke, wir können alle sehen, dass das kommt. Gut Riddens. Gut. Wir wiederholen das Ganze einfach noch einmal. Das ist doch scheiße. The Bard, having slain the random wolf, found that it had digested not only the contents of a small treasury, but also various household goods. Wait, am I reading that correctly? This can't be right. You'd be surprised. I find all kinds of things inside these beasties. Did I ever tell you about the time I killed this rat and out popped an entire chest? Well, I'm just going to skip those passages in the future. What? That's a major source of income. You cheap, good-for-nothing horses. And so the Bard continued on his journey. Oh, shit. We have to collect the whole gold again from the top. Man. What? Well known's going to benelasslich. Boy! Have to put đầu in the back of my family. also falls sie vorhin gesagt haben sollte dass ich voller gamer pro bin nehme ich das eventuell unter umständen zurück dieser baum sieht sehr animiert aus warum sich dieser baum so ich bin so gut leute da 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 wohin gehst du ich muss doch heu euer fell einsammeln da sind es vier wölfe ok ok so Was ist das? Ja, nein! Versiegt! Dann kann ich speichern! F! Yes! Yes! So! Dann hätten wir das Problem auch gelöst! Wo habe ich denn angefangen? Warte, bei 16, dann müssen wir 16 plus ungefähr 10, 26... Dann schätze ich ist die Folge jetzt wieder zu Ende! Ich bin mir zwar nicht sicher, aber das wird schon irgendwo seine Richtigkeit haben! Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von The Bard's Tales wieder! Nachdem ich gerade atemberaubend gestorben bin! Obwohl ich das gar nicht sollte! Aber ich bin halt nun nur halt trotzdem gestorben! Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von The Bard's Tales wieder oder auch in The Drang Ash 2 der Story-Geschichte da, die ich da so gemacht habe! Story-Geschichte! Bis zum nächsten Mal! Und nochmals! Ciao! Euer Sevinato! Herr Ab profess! Charlie Watts, the land who went into beer! 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 Till die dear, beer! Beer! Bicke! Die drunken rat that aching drum, den trollen his boobbers will! One thing you can be sure of, it's Charlie's beer they sell! So all you lads and lass is at 11 o'clock you stop. For five short seconds remember Charlie Mops! One! Two! Three! Fer! Five! Heys Untertitelung des ZDF, 2020